Einfach zu bedienen und zu montieren ist das stabile Tür- und Treppenschutzgitter. Mit einer Hand lässt sich das Gitter öffnen, natürlich kindersicher. Beim Schliessen rastet es von selbst ein. Das Tür- und Treppenschutzgitter bietet Sicherheit für Ihr Kind bis 24 Monate. Die Einbaurichtung ist frei wählbar und es passt sich an, denn es lässt sich in der Breite verstellen. Qualität made in Germany – für die Sicherheit Ihres Kindes.